Wir sind hier an der Georgstraße, der Georg-Wasshoff-Straße. Das ist eine große Freuze mit drei Ampeln. Hier geht es zum Wochenmarkt, hier ist immer viel los. Und wir wollen mal gucken, die Ampel fahren sind hier zum Teil sehr gut von Grün. Wir wollen schauen, wie schnell die Leute rüberkommen und die Straße, ob sie es überhaupt schaffen. Weil wir beobachtet haben, dass das gar nicht möglich ist. Und das war für Ur. Also es waren 30 Sekunden. Und man hat gesehen, auf dem Hinweg, wenn ich mein normales Fenster sehe, schafft es gerade so. Auf dem Rückweg hat man jetzt gesehen, wenn eine ältere Dame die Mütterrückstüge ist, schafft es nur bis zur Hälfte und dann ist es schon wieder weg. Damit kommt voll. Hier gibt es einen YouTube-BSDA Department. Reihe.